Jetzt sind Deep Purple bei uns. Wir freuen uns sehr. Schönen guten Morgen. Guten Morgen zu Ihnen. Ich habe ja gesagt, heute ist der Tag des Kampfes gegen Lärm. Hören Sie denn noch gut? Ja, ich höre ziemlich gut eigentlich. Wir sind jetzt die Ersten, die hier gemessen werden, also machen wir das Beste draus. Das neue Album heißt Was denn jetzt? Was nun? Was bedeutet das? Lass mich hier in Ruhe. Was wollen Sie denn diesmal? Das waren doch acht Jahre vergangen seit dem letzten Album. Das ist also so ein bisschen verärgerte Reaktion, so ein bisschen muffelig. Wir wollten eigentlich nicht noch mal. Dann verlasse ich Sie jetzt. I'm going to leave you now and you can play. It's a pleasure for us. Thank you very much. It's still a long way to go And the lights are closing in But if I travel faster, baby Lord knows where I might have been Right from those early days I put my place And the lights on my wheels Just like See-nosed toilet Where the kill is Snappin' at my heels Oh, don't worry There's no hurry But here we are With all the time in the world I could have been a hot-flying deal But I have no desire for speed I could have been a hot-flying deal I could have been a wide receiver, baby But I got everything I need And so I watched the world Or racing the lights Tear'n up the street I'll go down the long grass Take it easy And rest my feet Don't worry There's no hurry Well here we are With all the time in the world Hey Stevie No one ever held me back No one ever put me in chains No one ever saw me racin' ahead No one had to tug on my reins As everybody knows I may be slow But I never quit Sometimes on a good day I sat and think And sometimes I just sit Oh, don't worry Relax, it's no hurry Well here we are With all the time in the world Oh, don't worry It's no hurry Well here we are With all the time in the world Wow Very good Super Oh, hier liegt noch ein Fleck drin Oh, thank you very much What do you think about the German football teams What do you think about the German football teams What do you think about the German football teams Super, fantastisch, sehr gut Also, ihr macht's wirklich gut im Moment Vielen Dank Wir danken euch Und freuen uns jetzt eben Auf die deutschen Fußball teams Auf Sport Mehr Videos finden Sie in dir Das Erste Mediathek Wir danken euch Wir danken euch